Kebassa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren spannenden Folge, was hältst du da von Coach? Wir sind zurück. Gaypasta Leute, was geht Mike, was geht Community? Bevor wir mit der Folge anfangen, was trinkst du eigentlich heute? Ich trinke eine wunderschöne Kaffee, gemacht von die Barista Emil. Und außerdem habe ich eine wunderschöne Kreation von der deutschen Marke Bigzone. Bigzone hatte ein Getränk, das heißt Protein Juice. Und der Protein Juice ist ein Isolat in ein Fruchtsaftgetränkcharakter oder Erfrischungsgetränk. Nice. Das bedeutet, du kannst es jederzeit trinken mit Wasser und es schmeckt so lieblich. Mit Code Mike10 könnt ihr ruhig ihr den Geschmack Ice-Tee, Zitrone oder Ice-Tee, Lemon. Nee, das heißt nicht Lemon. Ice-Tee, Zitrone oder Ice-Tee, Lemon. Könnt ihr euch auf Bigzone.de gönnen. Geil. Mit welchem Code? Mike10. Wow. Natürlich auch meine anderen Favorites dort. Ihr wisst, ich bin absoluter Dauerkonsument des Fatburners Heat-Up von Bigzone. Denn er hat tatsächlich einen Anteil an Synephrin, der gar nicht so niedrig ist. Und Synephrin hat denselben Rezeptorweg wie Clenbuterol. Das heißt, es ist ein Beta-2-Rezeptor-Agonist. Das wiederum sorgt dafür, dass du gezielt Fett verbrennen kannst. Klar ist es bei Synephrin nicht ganz so ausgeprägt wie bei Clenbuterol. Aber wenn du den Heat-Up ein paar Mal am Tag trinkst, in so einer Cut-Phase, dann kann das einen Unterschied ausmachen. Und du bleibst näddy. Und du bleibst näddy. Ja gut, Synephrin ist so ein bisschen strittig momentan, aber es ist momentan auf jeden Fall noch drin. Oh, okay. Also kannst du, falls du Heat-Up nimmst, vielleicht doch nicht an einem GmbF-Wettkampf teilnehmen? Ja, also momentan nicht, aber ich bin da vorsichtig. Sagen wir es mal so. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig. Passt auf, was ihr macht. Passt auf. Ja, auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was hältst du da von Coach? In diesem Format zeige ich Mike Short vom Content und es geht heute um die Classic-Physik. Wer sind so da die krassesten Motherfucker aktuell? Gibt es Newcomer, die jetzt heftig sind? Ach, Newcomer? Oder auch alte, Herr Asen. Du meinst jetzt nicht die Elite von Mr. Ich meine die Elite. Okay, gut, weil die Namen sind ja glaube ich klar. Wir haben Chris Bumstead, wir haben Ramondino, wir haben Urs, wir haben Brion Ma, wir haben ja mehr so viele Leute. Wesley, natürlich. Wesley Wizards habe ich ja fast ganz vergessen. Da sind viel zu viele. Also auch Mike Sommerfeld zählt ja sicherlich als heißer Kandidat, muss man einfach sagen. Okay. Also auch sehr, sehr deutsch dominiert mittlerweile. So, da ist auf jeden Fall was dabei von Deutschland. Und es gibt halt natürlich auch sehr, sehr viele neue interessante Competitors, die jetzt gerade immer wieder so in irgendwelchen Instagram-Beiträgen gehypt werden. Ja. Da darf man auch gespannt sein, ob sich dadurch dieses Jahr das Feld neu mischen wird. Leider muss man sagen, die Classic-Physik hat sich in den letzten Jahren in den Top 5 nur minimal verändert. Ja. Und genau um so einen Beitrag, den du gerade erwähnt hast, um so einen Beitrag geht es jetzt. Den darfst du dir anschauen. Okay. Und es wird behauptet, es gibt bald einen neuen Mr. Olympia in der Classic-Physik. Einen Future Mr. Olympia. Nice. Nimm bitte den Laptop und sag uns, ob das wahr ist oder nicht. Ach, der gute Dude hier. Kennst du ihn? Ja? Ja, ja, den kennen wir. Okay. Der ist doch bei Patrick Thur, glaube ich, im Coaching. Mhm. Und was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass er eine sehr, sehr, sehr krasse Ausnahme Physik hat. Lassen wir das einfach mal auf uns wirken. Ja. Das ist die Zukunft der Classic-Physik, Stefan Matala. Er kam letzte Woche in Portugal in der Classic-Physik-Kategorie, die er gewonnen hat, qualifizierend für die zweite Mal für der Classic-Physik Mr. Olympia. Weighing in at 112 kg, oder ungefähr 246 lb, sein recenter Posing Video hat sich verletzt. Es ist nicht nur die excellenten Lichter, die er sich beeinflusst. Er hat wirklich eine große Genetik, besonders für Classic-Physik. Take note of how round and full his muscle-bellies are, along with the striking striations in his chest and the detailed definition around his abs. While he bears a resemblance to Roman Dino, he also echoes the classic-Physik-Style of Sergio Oliva. Stefan is going to take classic-Physik by storm. This is the future of classic-Physik. Ja, also muss man schon sagen, dass das, was tatsächlich so hier gesagt wird, stimmt. Stimmt irgendwie. Er hat auch irgendwie, erinnert mich, seine Muskelqualität erinnert mich teilweise an die von Rubiel Moschera, also von Nexilla. Weil er hat teilweise so völlig platzende, also zu platzen scheinende Muskeln mit Veins drin, die aber nicht ganz tief sind manchmal. Also das, das finde ich, das hat so ein Geschwür-Vibe wieder. Ich weiß nicht, das ist, vielleicht ist das, dass viele Insulin oder was weiß ich, aber ich finde, das könnte ihn halt, wenn er das auf der Bühne nicht bringen kann, was hier in Portugal zum Teil auch passiert ist, da fehlt mir hier und da einfach noch so ein bisschen, da fehlen mir die Cuts. Das heißt, er könnte in Anführungsstrichen im Gegensatz zu einem Chris oder einem Urs einfach zu prall in Anführungsstrichen sein, so prall, dass man halt nicht mehr wirklich die Unterteilung der Muskulatur sieht, was man jetzt von der Brust natürlich nicht behaupten kann, die ist ja gestreift ohne Ende. Und ich finde, er hat auch natürlich im Gegensatz zu einem Nexilla, hat er trotzdem sehr, sehr schöne Muskeln, die trotzdem proportional gut aussehen und er hat auch deutlich mehr Tiefe als ein Nexilla sie hat und deswegen, er hat schon das Potenzial dazu. Ich muss sagen, mir hat in Portugal zum Beispiel, hat mir sein Posing nicht gefallen. Okay. Ich fand, das war ein bisschen... Hast du ihn live gesehen? Ich glaube nicht, nee, 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 ich glaube nicht, nee, live war nicht, weil Portugal war ja eingeteilt in mehrere Gruppen. Ich habe das nur danach quasi gesehen und ich muss sagen, da hat mir weder die Ausstrahlung noch die Präsentation selbst gefallen. Es war sehr monoton, es war, als hätte er sich nicht wirklich Mühe gegeben und da muss man halt sagen, jemand wie er, ich habe das Gefühl, dort zumindest, vielleicht tue ich ihm auch richtig Unrecht, ja, dort habe ich das Gefühl, er kam dahin und hat sich eben wohl wissend, wie krass er aussieht, so ein bisschen auf seiner Form ausgeruht. Okay. Er geht dahin und sagt, Leute, hier, da bin ich, fickt euch. So, auch gar ein bisschen. Ja, mehr muss ich nicht machen. Sein Gesichtsausdruck ist auch wirklich immer fast der gleiche, also er hat immer so sehr große Glubschaugen und verzieht auch keine Miene. Manchmal grinst er so leicht, aber ich finde, ihm wird es auch mal stehen, dass er einfach ein bisschen Emotionen zeigt. Ja. Und das sind so die Punkte, die in meinen Augen fehlen für einen wirklichen Champion. Aber ey, weißt du was, vielleicht ist er wirklich so gut, dass er da hingeht und sagt, fickt euch alle und die gleiche Show abzieht und gewinnt. Das wäre heftig, ne? Das wäre sehr heftig, aber ich finde, dafür ist das Niveau auf Mr. O einfach zu hoch. Da gibt es Showmänner wie Urs, da gibt es, also jeder einzelne von denen, muss ich sagen, bringt in seiner Kür auch wirklich unfassbare, begnadete Kunst einfach auch. Und auch Ausstrahlung, so weißt du, die liefern was ab und ich finde, das ist das größte Manko, das er hat, finde ich, er strahlt nichts aus. Er sieht einfach aus wie so ein Muskelwunder und verzieht gefühlt keine Miene. Und wenn er das ändert, wenn er jetzt auch noch ein Showman wird, wenn er da hochgeht und sich geisteskrankt gut bewegt und seine Muskeln besser in Szene setzt und sich einfach ein bisschen geschmeidiger auch geben kann, dann wird der sehr gefährlich werden. Sehr, sehr gefährlich. Ja, sehr gespannt auf jeden Fall, diese Klasse gerade. Es gewinnt auch immer mehr an Hype, oder? Also früher war es ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das so Open Bodybuilding, so das Nonplusultra für jeden Bodybuilding-Fan war auf Mr. Olympia. Und mittlerweile finde ich die Classic Physik, so diese Jungs, die kriegen immer mehr Hype. Und meinst du, es wird irgendwann abgelöst, dass das nicht mehr Open Bodybuilding so das Gehypteste ist, sondern die Classic Physik? Ich glaube, das ist schon der Fall. Ist schon? Es ist so, dass, sagen wir es mal so, der Ursprungs Mr. Olympia war ja nur Open Bodybuilding. So. Und ob man davon am Hype sprechen kann, will ich jetzt mal anzweifeln. Es war halt so, dass die Leute, die Bodybuilding-Fans waren, Mr. Olympia wegen den Opens geguckt haben. Ja, dazu zähle ich mich auch. Genau. Dann kam die Mans-Physik, vor allem motiviert durch Jeremy Buendia, Ryan Terry zu der Zeit, Brandon Hendrickson und so weiter, die haben, also vor allem Jeremy Buendia hat Bodybuilding für die Welt interessant gemacht, weil dieser Mans-Physik-Hype, der durch ihn ausgelöst wurde, der hat ja wirklich so ein bisschen einfach dem Normalverbraucher Bodybuilding näher gebracht. Man hatte das Gefühl, ich kann aussehen wie der, ich kann so oder ich will so aussehen am Strand, das ist mir nicht zu viel, das ist nicht eklig so und dadurch hat man so die Sensibilisierung der Leute wieder geschärft und man sagt, ey, das ist geil und dann haben sich Leute Mr. O angeguckt und haben mit Jeremy Buendia mitgefiebert und Jeremy Buendia, muss man sagen, war in der Neuzeit des Social Medias der erste Mr. Olympia, der wirklich auch Social-Media-Hype hatte, wo man sagen kann, okay, er ist ein Superstar, weil er Mr. Olympia ist. Das war bei den vorherigen Schwergewichts-Bodybuildern nicht so. Das waren einfach nur Bodybuilding-Stars, aber Jeremy Buendia ist ein Superstar geworden, weil jeder aussehen wollte wie er. Dann kam der Übergang zur Classic-Physik und die Leute waren schon sensibilisiert für mehr Muskeln, das heißt, die haben gesehen, Jeremy Buendia wird jedes Jahr breiter und dann kam, dann war der Weg nicht mehr weit zu einem Chris Bumstead. Chris Bumstead war der nächste Jeremy Buendia. Chris Bumstead hat dann alles rasiert, weil mit dem, was Chris Bumstead vor allem in seinen ersten Mr. O's dargestellt hat, das ist eigentlich so lächerlich, da konnten sich immer noch Leute mit identifizieren, weil die dachten, ich kann auch so aussehen. Nein, könnt ihr nicht. Das war einfach so, manche Leute dachten wirklich, ey, so kann man Nettie auch noch aussehen. Nein, könnt ihr nicht. Und das konnte, das kann schon Jeremy Buendia nicht. Das ist auch nicht Nettie, niemals, in keiner Welt. Trotzdem hat es den Leuten wieder den Sport näher gebracht. Und dass diese Klassen diesen Weg geebnet haben, sorgt jetzt aktuell dafür, dass die Open Class immer mehr an Hype gewinnt. Es ist eher so, dass die Leute sich durch diese Abstufung nach oben an Muskeln, sich immer mehr an Muskeln gewöhnen und jetzt gerade, ich würde sagen, klar, die Classic Physik hat immer noch den höchsten Hype, den größten momentan, aber das Interesse an Open Bodybuilding steigt gerade dadurch immer mehr. Okay. Weil die Leute auch dadurch natürlich sensibilisiert werden für die nächstgrößere Stufe. Dann finden die Freaks auch interessant, so wie Hardy Chopin, wie Samson Dorda, wie Andrew Jacked und wie sie alle heißen. Aber natürlich auch irgendwo Derek Lansford, mal gucken, ob er den Titel halten kann. Also das ist wie so eine verlaufende Kurve nach oben, wo die Leute halt immer mehr sehen, okay, Muskeln hier, Muskeln da. Und ich kann mich damit immer mehr identifizieren, aber die Classic bleibt, glaube ich, erst mal der Hype. Definitiv. Ja, Mann. Auf jeden Fall immer interessant zu sehen, wer da gerade noch so mitmischt und wer im Kommen ist und ob irgendwann diese Siegesreihe von, hier, wie heißt der, Chris Bomstad, irgendwann beendet werden kann, beendet wird oder ob er irgendwann selbst zurücktritt, ungeschlagen. Wird sich dann zeigen. Oder wurde der am Anfang mal geschlagen? Bestimmt, er ist ja nicht von Anfang an direkt Erster geworden. Nee, nee, genau, er ist nicht direkt, das stimmt. Da kam dann erst die Serie. Okay, ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Reaction. Ich hoffe, die Zuschauer fanden es auch interessant und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Dude findet oder wer, ihr denkt, ist gerade so der beste Classic Physikathlet, wer dieses Jahr das Rennen machen wird. Und ja, wir werden das gespannt verfolgen. So ist es. Also, eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von ihm? Hat er eine Chance gegen Chris Bomstad oder Wesley Wizards? Wer wird dieses Jahr Mr. Olympia in der Men's Physik, äh Men's Physik, genau, in der Classic Physik? Schreibt jetzt euren Favoriten rein. Sowohl Underdogs, die vielleicht letztes Jahr nicht in den Top 5 waren, als auch wirklich die bekannten Gesichter. Ich meine, das ist ja ein No-Brainer zu sagen, Seabum wird's wieder, weil meistens stimmt das einfach irgendwie. Aber was ist mit einem Wesley Wizards? Kann der nicht wirklich gefährlich werden? Also, der hat ja wirklich gerade einen kranken Hype. Und das ist etwas, das darf man nicht vernachlässigen. Und der Trend geht ja dahin, dass ein Seabum einfach viel zu massig ist für die Classic Physik. Und so wie ich höre, will doch Seabum auch in die Open oder nicht? Also, irgendwie, irgendwas ist doch da im Kommen. Das habe ich vielleicht ein bisschen verpasst, aber sowas habe ich auf jeden Fall gehört. Berichtigt mich, schreibt es in die Kommentare, wer wird Mr. O. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ironman Bodybuilding. Aber erst, wenn ihr den Kanal ja abonniert habt, falls ihr das noch nicht getan habt. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.